Wenn wir uns angucken, oh Digga, die machen sogar hier richtig diese Dinger rein, alter, krass. Okay, er wurde unschuldig ins Eingefängnis, Gefängnis getan und wir gucken uns einfach mal an, was da los war, Bruder. Komm, hau mal raus jetzt. Mein Name ist Masia. Ich war Praktikant bei der Oklahoma City Police. Verhaftete Drogendealer, Mörder und Vergewaltiger. Am Ende landete ich selber im Knast. Neun Monate saß ich zu unten. Ja, selber Schuld, Digga, ne? Wenn man hier andere in den Knast bringt, da muss man irgendwann selber rein. Karma, Digga. Recht im Hochsicherheitstrakt eines US-Gefängnisses. Weite Teile davon in Einzelhaft, weil man glaubte, dass ich ein Terrorist bin. Ach, USA. Hallo Masia. Smarsh fragt sich, wie bist du zur Oklahoma City Police gekommen? Ich war zuerst Zeitsoldat, bin nach meiner Dienstzeit... Na toll, er ist wieder so leise, der Fragensteller so laut. ...hatte so gesehen einen kleinen Kurztrip in die USA gehabt, war dort Kopfgeldjäger. Habe dadurch Kontakte zur US-Polizei geschlossen, das war in Oklahoma City und bin dann so gesehen auf Einladung der Oklahoma City Police nach Oklahoma. Auf Einladung sogar. Was hast du bei der US-Polizei gemacht? Ich war Praktikant. In Oklahoma City fahren die Polizisten alleine auf Streife und nicht wie andernorts zu zweit. Ich musste dann als Beifahrer im Fahrzeug mit Platz nehmen und bei einer Maßnahme bat mich dann der Officer, ihn mit abzusichern. Da saßen vier Verdächtige im Fahrzeug vor uns, es war ziemlich dunkel, er hat mir dann so gesehen seine Pistole, seine Zweitwaffe in die Hand gedrückt und mich dann gebeten, das Ganze mit abzusichern. Ist aber auch gut, ne? Das habe ich auch getan. Das Ganze hat er so sehr an Fahrt zugenommen, dass ich dann so gesehen eigentlich nicht mehr als Praktikant angesehen worden bin, sondern eigentlich mehr fester Bestandteil des Polizeipräsidiums war. Ich habe T-Shirts, Abzeichen, vom Polizeichef auch nochmals zusätzliche Marke bekommen, die ich auch in Dienst tragen durfte, habe dann zuletzt an so einem sogenannten Geheimeinsatz teilgenommen, haben hier Mörder, Drogendealer, Vergewaltiger, alles Mögliche festgenommen, was so gesehen auf unserer Festnahmeagenda stand. Amelie fragt sich. Ja, ich T-Shirt, ich wundere mich auch gerade. Hier ist so ein T-Shirt, wo Polizei draufsteht. Dankeschön. Welcher Fall ist dir besonders in Änderung gekommen? Ja, der eigene, ne? Ich bin eines Abends mit einem Polizeichef zu einem Tatort gefahren. Da hatte ein Familienvater im Drogen- und Alkoholrausch seine ganze Familie abgeschlachtet. Sprich, da hat er mit einem Küchenmesser seine Frau und seine zwei Kinder getötet, in die Kehlen durchgeschnitten. Und als wir dort eingetroffen sind, war schon auch das SEK vor Ort und hatte dann die Festnahme ausgeführt. Und er saß dann halt eben wie ein Paket auf dem Rücksitz und wurde dann zum County J gebracht. Fynn Meinen fragt sich. Junge, wie kann man sowas machen, Alter? Check ich nicht. Ja gut, seid auf Drogen, alles Mögliche, ne? Aber ich, keine Ahnung, ich will, ich kann mir nie vorstellen, dass ich mal Gina oder mein Kind umbringe. Warum durftest du als Praktikant eine Marke und Schusswaffe tragen? Ich durfte eine Marke und eine Schusswaffe tragen, weil es da ganz alte Gesetze gibt, die aus der Westernzeit sind. Und man kann vor Ort von einem aktiven Officer zum Deputy an Land werden. Das ist sowas wie eine Art Reservepolizist. Kurz zuvor hatte ich zu Weihnachten vom Polizeichef, bei dem ich damals gewohnt habe, eine Polizeipistole. Jetzt sogar beim Chef gewohnt. Ja, moin, Digga. Schenkt bekommen im Lichtlasermodul. Die durfte ich dann so gesehen während meines Dienstes und auch nur während des Dienstes mit mir führen. Neppkin Skin fragt sich, wieso wurdest du verhaftet? Ich war ja offiziell Praktikant, habe aber inoffiziell an Einsätzen teilgenommen. Und als wir zurück im Polizeipräsidium waren, weil wir dort auch einige Leute vernommen haben, kam mir jemand vom FBI entgegen. Er hat mich dann gefragt, was ich denn hier so mache. Ich so, ja, ich mache ein Praktikum hier. Und da hat er nochmal nachgefragt. Er so, aber sie sind aufmunitioniert und sehen aus wie einer von den eigenen Leuten. Das habe ich dann bejaht und dann hat er mich nochmals gefragt. Er so, waren sie vorhin an den Einsätzen beteiligt? Das habe ich auch nochmals bejaht. Er fragte mich, wo ich dann herkomme. Ich meinte dann Deutschland. Dann hat er mich von oben bis unten gemustert. Er meinte, sie sehen aber nicht aus wie ein Deutscher. Ich so, ja, meine Eltern kommen aber aus dem Iran. Ja, sie sehen nicht aus wie ein Deutscher so. Ich meine, alle Deutschen müssen ja auch blonde Haare haben und blaue Augen. Sorry, das glaube ich dir nicht. Du hast offensichtlich gelogen hier. Was soll denn das? Ach, in Iran? Ja, das ist ja mal interessant. Und sie waren vorhin bei den Einsätzen. Das habe ich dann wieder bejaht. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft, hat mir eine schöne Zeit gewünscht. Und als wir dann drei Tage später mit einer Einsatzhundertschaft auf dem Skistand Amok-Training durchgeführt haben, stand das FBI vor mir und hat mich dann festgenommen. Christoph Christoph fragt sich, wann ist dir klar geworden, dass das kein schlechter Scherz ist? Bis dato dachte ich, dass es halt eben so eine Art Abschiebescherz oder Abschiedsscherz ist, weil ich drei Tage später eigentlich zurück nach Deutschland fliegen sollte. Als ich dann aber in dieser kleinen Kerkerzelle saß, Gefängnis orange getragen habe und gemerkt habe, dass es hier doch kein Scherz ist, wurde mir ganz schnell klar, dass hier irgendwas anderes gerade vor sich geht. Con John möchte von dir wissen, wie hoch war die Strafe, die im Raum stand? Und der Vorwurf war zuerst, illegaler Waffenbesitz, nutzen eines Polizeicomputers, tragen eine Polizeiuniform, Besitz von Munition. Digga, aber wie dumm das einfach ist so. Ich meine, guck mal, eigentlich der Chef davon, also dieser Polizeichef, müsste doch einfach nur zu diesem FBI-Leuten gehen und sagen, yo, Bro, wir haben dem das gegeben, der ist hier halt irgendwie mit dabei. Also, der gehört offensichtlich nicht in den Knast. Das war alles schon so von uns gewollt und dann ist das doch geklärt. Warum wird das nicht so gemacht? Ich verstehe die USA nicht mehr. Ich trage eine Schutzweste, besitze eine Pistole. Das waren so gesehen eigentlich Vorwände gewesen, um mich einzusperren, um zu verifizieren, ob ich nicht vielleicht doch ein Terrorist bin. Pro Strafe, die mir erst mal gedroht hat, lag zwischen 10 und 50 Jahren Haft. Und wie sich dann später herausgestellt hat, hätte mir eine lebenslange Haftstrafe bis hin zur Todestrafe gedroht. No Olli fragt sich. Also, er hat ja so gesehen, selbst wenn er das so gemacht hätte, hätte er nicht mal was Schlimmes getan eigentlich. Und dafür kriegt man halt eine Todesstrafe schon. Da war es alles klar, Bruder. Warum dachten die Ermittler, du seist ein Terrorist? Wie ein Praktikant, er es schafft, mit an geheimen Einsätzen teilzunehmen und vollbewaffnet mit den anderen Spezialeinheiten durch die Gegend zu marschieren. Das war für sie sehr fragwürdig. Die Ermittler dachten, dass ich ein Terrorist bin, weil mein Hintergrund, sprich mein Geburtsland im Iran liegt. Sie dachten, dass ich eventuell einen Anschlag aufs Policedepartment vorhätte. Und dadurch kam es zur Festnahme und meine Inhaftierung. Tony Torpedo fragt sich, in welchem Gefängnis saßt du? Ich saß zuerst im Bezirksgefängnis. Das ist auch unter dem Begriff County Jail bekannt. Es gibt da drei Ebenen, sprich einmal Minimum, Medium und Maximum. Und der Baker Pot ist im Maximum Level. Im Maximum Level sind Mörder, Drogen, Chefs, Auftragskiller und ja, Leute, die unter Terrorismus verlassen. Digga, ich würde, glaube ich, heulen, wenn ich da reinkomme. Alter, stell dir mal vor, du kommst da so rein mit diesen ganzen Leuten. Digga, das muss ja richtig schlimm sein. Da sind halt wirklich so die Mieses und die Mieses. Ich glaube, wenn du dir einmal falsch anguckst, bist du direkt tot. Und dann bist du da mit drin. Und so habe ich mich da oben wieder eingefunden. Die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Levels erkennt man aufgrund der Knastbekleidung. Sprich, wenn man jetzt im Minimum Level ist, trägt man weiß, also eine weiße Hose und weiße Shirt. Wenn man im Medium Level ist, trägt man orange. Und wenn man im Maximum Level ist, trägt man schwarze Streifen auf dem weißen Hintergrund. Unisono fragt sich, wie sah deine Zelle aus? Meine Zelle war drei Meter lang und 1,60 Meter breit. Also ich hatte eine Betonpritsche gehabt, eine kleine Gummimatte. Als Kopfkissen habe ich eine Klorolle benutzt. Es gab auch kein Fenster, wo man rausgucken konnte. Das Schlimme an allem ist, man ist 23 Stunden am Tag inhaftiert. Isabella fragt sich. Junge, das ist halt auch hart. Ich habe da auch mal so eine Doku gesehen. Und ja, Wodafone kickt leider gerade wieder. Ich habe dazu auch mal so eine Doku gesehen zu dieser Einzelhafte in den USA. Junge, das ist halt wirklich so schlimm. Also dass man Menschen überhaupt so was antut und denkt, dass man da das Richtige macht. Also egal, was die gemacht haben, aber du musst sie doch trotzdem auch menschlich behandeln. Also das ist halt wirklich super krass, Alter. Also Props auf jeden Fall dafür, dass er das da durchgehalten hat. Also ich glaube, ich wäre da auf jeden Fall dann irgendwann dran kaputt gegangen. Weil überleg mal, 1,60 Meter breit, das ist nicht mal so breit, wie ich lang bin. Ich könnte mich da nicht mal hinlegen. Also in die Breite gesehen. Ja genau, in die Breite, nur in die Länge. Und 3,60 Meter ist auch doppelt so groß, wie ich bin. Digga, das ist halt schon krass. Ja, Haft soll kein Ponyhof sein, aber es soll ja auch trotzdem noch irgendwie lebend sein. Man soll ja da trotzdem noch leben können. Wie läuft am Tag im Hochsicherheitsgefängnis ab? Man wird morgens geweckt, gegen 4.30 Uhr. Da gibt es Frühstück. Meistens haben auch die Officer mein Essentablett reingekickt oder reingeworfen, sodass mein Frühstück auf dem Boden gelandet ist. Also das roch und stank und schmeckte bestialisch, aber man hatte ja so gesehen keine Auswahl und hat das gegessen, was man da bekommen hat. Man sitzt 23 Stunden in seiner Zelle. Viel Tagesgestaltung hat man da drüben nicht, außer nur rumsitzen und sich den Kopf über alles zermatern. Malou möchte von dir wissen, wie haben die Wärter dich behandelt? Die haben bei jeder Gelegenheit mir so gesehen das Leben zur Hölle gemacht. Also sprich, bei ihren Rundgängen an den Zellentüren haben sie gegen meine Zellentür getreten oder mir das Essen in die Zelle reingeworfen. Oder manchmal haben sie mich auch bei der Essensausgabe einfach vergessen. Das hieß, ich habe dann gar nichts zu essen bekommen. Und so bin ich in kurzer Zeit von 118 Kilo runter auf 68 Kilo runtergemagert. Ich kann mich noch an einen Officer erinnern, den haben wir immer Weirdo genannt, also sprich, der Irre, Verrückte. Der Typ hat bei jeder Gelegenheit, wenn er Dienst hatte, mich terrorisiert bis zum Gehtnichtmehr. Er fand das ganz toll, sich als Hitlers Neffen irgendwie zu präsentieren. Und man hat, wenn man ihm in die Augen geguckt hat, einfach nur gemerkt, wie krank und leer und kaputt dieser Mensch ist. Dass da solche Leute überhaupt arbeiten dürfen, Junge, das ist halt, das ist krank. Das ist halt wirklich einfach nur krank. Da fällt mir wirklich überhaupt nichts zu ein, was ich dazu sagen soll. Es gab da aber einen Officer, mit dem habe ich mich aber auch gut verstanden. Der hat mir hin und wieder während seiner Schiff immer ein Stück Papier und ein Stift unter die Tür durchgeschoben, sodass ich da ein bisschen malen oder irgendwas schreiben konnte. Musste dann aber am Ende auch alles wiederum bei ihm abgeben, weil, wenn man das bei mir in der Zelle gefunden hätte, hätte es richtig Ärger gegeben. Vulkan EBF 25 möchte von dir wissen, wird man da nicht verrückt? Einige werden im Knast verrückt. Das ist ja auch letztendlich das Ziel, die Leute da körperlich sowie geistig zu brechen, damit man mit denen tun und lassen kann, was man will. Isaac möchte wissen. Ja, er hat jetzt die Frage aber auch nicht wirklich beantwortet. Ist er jetzt kaputt oder nicht? Hattest du Kontakt zu anderen Häftlingen? Rechts hatte ich einen Auftragskiller von der mexikanischen Mafia gehabt. Links hatte ich einen gehabt, der hat tonnenweise Koks von Südamerika nach Nordamerika verschifft. Und so hat man sich dann durch die Tür oder, was man auch noch machen kann, meistens sind über den Toiletten Lüftungsschächte, da aufs Waschbecken draufgestellt und dann durch das Lüftungsschachtsystem sich mit dem Nachbarn unterhalten. Bobby Zenn möchte von dir wissen, Über was unterhält man sich da bitte? Wussten die anderen Häftlinge, dass du Teil des Polizeiapparats bist? Einige Leute kriegen halt eben auch von den Officern zugesteckt, wer sich da wo gerade befindet und wer auf wessen Level gerade untergebracht worden ist. Ich wurde mal zu einem Gerichtstermin transferiert, sprich runter in so eine Art Sammelzelle gebracht und da saßen andere Insassen, die auf ihren Termin gewartet haben. Einer starrte mich da unentwegt an und kam dann auf mich zu und meinte da so, bist du nicht dieser Officer? Und kaum konnte ich antworten, sind dann so gesehen alle acht Mann, die mit mir in der Zelle waren, auf mich losgestürmt, haben auf mich eingeschlagen, eingetreten. Überall flogen die Fäuste und Fußtritte her. Ich bin dann so gesehen auf dem Boden, ja, in so eine Art Fötostellung runtergegangen, weil man kann da nicht mehr viel machen, wenn von allen Richtungen Tritte ankommen und auf einmal hat man nur noch einen Alarm gehört. Die Tür wurde geöffnet und dann stürmten die Correctional Officer rein und haben dann alles niedergeprügelt, was sie so gesehen in die Finger reinbekommen haben. Als ich später in der Bundeshaft saß, hatte ich ja Kontakt mit diesem mexikanischen Auftragskiller gehabt. Der hatte bundesweit Leute umgebracht fürs Kartell und ihn hatte ich halt eben direkt angesprochen und gesagt, ich bin wegen den und den Sachen hier, obwohl alle anderen im Bundesgefängnis mir davon abgeraten haben, zu erzählen, wer ich bin oder was ich so mache. Nur dachte ich mir in dem Moment, wenn dann rauskommen sollte, dass ich eine falsche Legende an den Tag gelegt habe, dann bin ich dran. So habe ich dann dem Auftragskiller mitgeteilt, wer ich bin und warum ich in den USA in Haft sitze. Er hat sich dann eine gewisse Zeit einen Kopf gemacht, kam dann auf mich zu und meinte der so, tu mir bitte einen Gefallen, geh bei der nächsten Freistunde zu den einzelnen Zellen hin und sag denen, warum du hier bist und wenn die ein Problem haben sollten, die anderen, sag denen, dann haben die das mit mir zu klären. Ich finde das selber gut, dass du ehrlich warst, weil das zeugt von Charakter und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass hier irgendwas passiert. Hier bist du unter meinem Schutz. No Love on a Frigate Planet fragt sich, Was hast du am meisten vermisst? Am meisten habe ich meine Familie vermisst, meine Mutter und mein Zuhause, also sprich meine Freunde, meine Bekannten, die tausend von Kilometern weit weg waren. Lifeline möchte von dir wissen, hast du daran geglaubt, dass du wieder frei kommst? Ich habe stark gezweifelt, dass ich wieder rauskomme, weil alles gegen mich gespielt hat. Also ich hatte das ganze System, also sprich einen ganzen US-Bundesstaat gegen mich gehabt. Ich hatte einen kompletten Polizeiapparat gegen mich, nur habe ich mir echt letztendlich gedacht, also mehr als umbringen können sie dich nicht und bleib bei der Wahrheit und kämpf dagegen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Das weiß ich leider nicht, weil ich hatte zwar Kontakt zum Konsulat nach Houston, Texas, ich habe hin und wieder mit denen telefoniert aus dem Officer-Büro, wo ich mal anrufen durfte, aber großartig kann ich nicht beurteilen, dass sie irgendwas für mich gemacht haben. Und zurück in Deutschland hatte ich dann die Akte beantragt, die sie da in Houston, Texas über mich angelegt hatten, die komischerweise spurlos verschwunden. Oh, die ist weg, tut mir leid. Lukas von Berg fragt sich, wie bist du freigekommen? Es hat neun Monate gedauert, bis das Ganze vorbei war. Aber auch krass, wenn du mal so überlegst, dass einfach neun Monate deiner Lebenszeit ist einfach komplett verschwendet, die einfach weg war, wegen so einer Scheiße, Alter. Ich stand vor einem Bundesrichter, die ganzen Bundesrichter werden vom US-Präsidenten ernannt. Und da hatte er mich dann gefragt, was ich hier in den USA zu suchen hätte. Und da habe ich ihm nochmal die ganze Story erzählt. Und er hat mich dann angeguckt und hat mich dann gebeten, meinen Schritt zur Seite zu machen. Ich dachte, was kommt jetzt für ne Bestrafung? Und dann hat er ins Publikum geschaut, wo die ganzen anderen Agents und Officers saßen, mit denen ich zu tun hatte, und hat denen einen Einlauf verpasst, der es in sich hatte. Was das solle, dass die mir ermöglicht haben, mit an den Einsätzen teilzunehmen, die mich von vorne bis hinten in Waffen und Munition und Polizeiausrüstung ausgestattet haben. Und mich am Ende dafür inhaftiert. Und hat dann mit sofortiger Wirkung meine Abschiebung nach Deutschland verfügt. Nice, ja. Bist frei jetzt, verpiss dich, Digger, weg hier. Das ist aber echt bitter, so was. Also eigentlich, die hätten ja von Anfang an dafür bestraft werden sollen und nicht eher so, hey, what the fuck, ey. Hast du je eine Entschuldigung oder Entschädigung bekommen? Ich habe eine Entschuldigung vom Richter bekommen. Der meinte, es tut ihm sehr leid, was mir widerfahren ist. Aber eine Entschädigung gab es dafür jetzt nicht. Mein Anwalt wollte unbedingt, dass ich da so gesehen gegen den Polizeiapparat, also sprich, gegen das Policedepartment, vorgehe und die verklage. Das hätte aber für mich gehießen, ich hätte weiter in Haft bleiben müssen, weil mein Visa damals abgelaufen ist und ich dadurch kein Bleiberecht in den USA und das hätte vielleicht ein, zwei Jahre gedauert und wer weiß, was Gott alles im Knast dann passiert wäre und das war mir kein Cent der Welt oder kein Dollar oder keine Million der Welt irgendwie wert gewesen, dafür drauf zu gehen in den USA. Simit 030 möchte von dir wissen, wer hat in deinen Augen Fehler gemacht? Wir alle haben Fehler gemacht. Ich hätte bei den Einsätzen Nein sagen müssen, ich hätte bei den Geschenken Nein sagen müssen, aber wer denkt schon dran, wenn die Polizei offiziell zu einem ankommt und einem solche Geschenke macht oder einem solche Einsätze ermöglicht. Man denkt ja, das hat alles so seine Richtigkeit, hinterfragt es nicht großartig, aber ich sehe meinen Fehler da. Ich glaube, wenn du sowieso in diesem Milieu, sage ich mal, arbeitest, ich glaube, dann freust du dich auch einfach so ein bisschen, dass die halt deine Arbeit so gut finden, dass sie dich halt so dabei haben wollen. Also ich glaube, das ist auch ziemlich schmeichelhaft. Darin, dass ich bei der einen oder anderen Sache Nein Danke hätte sagen müssen. Das hätte mir vielleicht am Ende viel Ärger erspart und auch natürlich auch meine Haftzeit. Claudia möchte wissen, wie geht es dir heute? Mir geht es momentan sehr gut. Ich habe das Ganze in meinem Buch verarbeitet und parallel bin ich als Motivationstrainer unterwegs und versuche, die Leute, die Zweifel in ihrem Leben haben, zu coachen, ein bisschen zu motivieren, dass man so gesehen alles schaffen kann, wenn man den Willen dazu hat. Ja, war doch ganz interessant auf jeden Fall, das mal zu sehen. Ich habe ein bisschen Werbung hier noch gemacht. Ja, wie gesagt, also ich finde es halt whack von den USA, die viele Entscheidungen, da verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Bin aber froh, dass der halt wieder rausgekommen ist. Auch wenn du überlegst, neun Monate Lebenszeit weg, aber immerhin ist er draußen und ich denke, das ist das, was zählt am Ende. und ich denke, Vielen Dank.